Leute, zeigt mir mal alle eure stärksten Nerf-Waffen. Kevin, fang mal an. Hahaha, hier ist meine Nerf-Waffe. War klar, dass der dumm ist. Dustin, zeig mal deine Waffe. Also ich glaube, sie ist aber nicht besser. Aber dafür habe ich einen Laser. Bahn. Okay, die Waffe zwar war zwar klein, aber der Laser hat mir schon gefallen. Levin, du bist dran. Das nenne ich mal eine richtige Waffe. Okay, diese Waffe gefällt mir auch. Marvin, du bist dran. Hahaha. Es ist eine Pam-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam. Okay, deine Pam-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam ist ja sehr cool. Aber wenn du die ganze Zeit... Gib mir mal kurz deine Waffe. Wenn du die ganze Zeit dann so hier machst... ...da hast du doch dann keine Munition mehr. Hier, nimm. So, Leo, du bist dran. Hahaha. Und wie findest du es, Vincent? Sag mal, Leo, eine Nerf-Waffe, doch keine Lego-Waffe. Leon, mach du weiter. Hahaha. Du solltest mich nicht abschießen. Oh, ja, tschüss doch. Vincent? Ja? Was ist denn eigentlich deine stärkste Waffe? Ach so, ja, die liegt hier unten. Warte, ich hol sie kurz. Leute, alle weg hier! So, lass ihn. Ich hab meine Waffe. Was sind die denn jetzt alle? Hä? Was ist denn? Komm! Du bist die denn? Untertitelung des ZDF, 2020